Duino Auresina ist eine Gemeinde mit 8561 Einwohnern an der Adria-Küste im Nordosten Italiens, in der Region Friaul-Jule-Schwenetin und der Provinz Triest. Im Mittelalter, bis 1399 war die Herrschaft Duino-Lehn und die dort an der Küste gelegene gleichnamige Burgstammsitz der Herren von Duino. Nach dem Erlöschen der Herren von Duino ging beides an deren Verwandte. Die Herren von Wallsee über Duino-Wazuka-UK zeiten ein bekannter Hafen- und Badeort. Gliederung Die Gemeinde erstreckt sich über ein Gebiet von 45 Quadratkilometer. Sie besteht aus den Ortschaften Cerro Gli, Cerro Villier, Duino, Devin, Malchina, Maffinier, Medea, Samet, Jevas, Pris, Niko, Pritschnik, Pri, Potopra, Prot, San Pelagio, Sempolai, San Giovanni, Diduino, Steffen, Sistiana, Cecilian, Silvia, Slivno, Ternova, Pecula, Trovka, Villagio del Pescatore, Ribisco, Nasilie, Visuliano, Visorville, Auresina, S. Croce, Nabrezina, Crits, Auresina, Cave, Nabrezina, Auresina, Camnolomie, Auresina, Stationen, Nabrezina, Postaya und Auresina, Centro, Nabrezina. Nachbargemeinden sind Tobado del Lago, Monfetten, Gonico, Z. Gonic und Triest. Sehenswürdigkeiten Kirchen In Duino befinden sich mehrere hochinteressante Kirchen, die teilweise auf spätantiken Fundamenten stehen. Zudem weist der Ort gleich mehrere Burgen und burkhartige Schlösser auf. Schloss Luino Die bekannteste Anlage, das neue Schloss, das sich heute im Besitz der Familie Karl Prinz von Thurn und Taxis befindet und von ihr bewohnt wird, zeigt unter anderem die berühmte palladianische Treppe. Einige Seele des Schlosses wurden jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zu besichtigen sind unter anderem ein Pianoforte, auf dem Franz Liszt während seines Aufenthaltes hier musiziert hat, und der Schlosspark. Mit herrlichem Blick auf den Golf von Triest. Auch die Grafen von Schombor, Kaiserin Sisi und Kaiser Franz Josef I., Erzherzog Maximilian mit Charlotte, Eleonora Duse, Johann Strauss, Gabriele Danuncius, Paul Valery, Mark Twain, Victor Hugo und Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich nahmen oft in dem Schlossaufenthalt. In Duino starb Ferner 1906 der Physiker Ludwig Boltzmann. Das Schloss kam über Gräfin Theresa Maria von Thurnhofer und Waldsossener, deren Familie es seit dem 16. Jahrhundert gehört hatte. An ihre Tochter Marie Prinzessin zu Hohenlohe verheiratete Prinzessin von Thurn und Taxis die Förderin Rainer Maria Rilkes. Heute gehört Duino ihrem Nachfahren Prinz Carlo della Torri e Tassos, Ducati Duino. Während seiner Aufenthalte auf Schloss Duino schrieb Rilke seine Duiniser Elegien. An den Dichter erinnert der Rilkeweg entlang der Felsen zwischen Sistiana und Duino, von dem aus sich ein Panoramablick auf die Bucht von Sistiana. Den Golf von Triest und das Schloss bietet, im Schloss Duino hatte die Regierung der Zone A des freien Staates Triest ihren Sitz. Hier befindet sich auch das 1982 von der UNESCO gegründete United World College of the Adriatic Natur Sistiana. Die Nachbarortschaft Sistiana ist wegen ihrer schönen Bucht und ihres Badestrandes gut bekannt. Steinbrüche In Auresina befinden sich mehrere Steinbrüche, darunter einer aus römischer Zeit, in denen sogenannte Karstmarmore gewonnen werden. Kalkstein aus diesem Abbaugebiet wurde neben Sandstein aus der Umgebung von Mutscha und istrischen Kalksteinen für Bauten in Aquilaia verwendet. Auch die Salkano-Brücke wurde 1905 aus solchem Kalkstein gebaut. Persönlichkeiten Personen mit Beziehung zur Stadt Alois Rebula, slowenischer Schriftsteller Heinz Seber, deutscher Maler, malte ab 1975 viel in der Gegend von Duino. Hans Ramund, österreichischer Schriftsteller, lebte von 1984 bis 1997 in Duino. Günther Schatzdorfer, österreichischer Schriftsteller und Maler. Ludwig Boltzmann, Oester, Physiker und Philosoph, beendete durch Selbstmord sein Leben in Duino.